Der Dienstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken bei Werten zwischen 11 und 18 Grad. In der Nacht zeigt sich der Himmel bedeckt bei Werten um 12 Grad. Auch zur Wochenmitte dominieren die Wolken am Himmel. Bei Temperaturen bis zu 18 Grad kann sich die Sonne nur zeitweise durchsetzen. Am Donnerstag können wir uns in der Region Neckaralp dann auf bis zu neun Sonnenstunden freuen. Die dabei erwartete Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad. Am Freitag scheint bei blauem Himmel den ganzen Tag über die Sonne. Mit einer Maximaltemperatur von 20 Grad wird es etwas wärmer als am Vortag.